Oh, was ist denn ich? Ich habe mich gerade wirklich in mir geholfen. Ah, was soll ich sagen? Ich habe gesagt, sie ist gut vorliegen. Nein, sie ist gut vorliegen. Jetzt sind wir da nicht. Nein, 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 nein. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie müssen es ein bisschen drinstecken. Sie müssen es ein bisschen drinstecken. Wir tragen die Ante alles. Was habe ich? Was habe ich? Wir sind hier drin. Ich habe geschaut. Ich habe zu rechnen. Wenn die Witzelchen was ist, dann noch das. Das kann nicht mehr bewegen. Ich habe einen Auffall. Danke. Wenn die Witzelchen regnet, dann noch... Es reicht nicht mehr Bewege. Das ist ein Rund. Das geht zu schnell. Das geht zu schnell. Was geht? Kann ich wirklich viele filmen? So, und das wir mal für den Ruhigreis-Bappel. Vorher tue ich den Milchreis-Bappel. So, ja, so. Schon gut. Bitte? Das ist schon so. Schon gut. Danke. 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 Jetzt ist die Kostung. Moment rein. Und jetzt ist es auch ein bisschen zu tun. Das ist alles. Ich bin selbst vorhin so zu tun. Das ist alles. Bis zum nächsten Mal. Wir sind direkt zu. Oder? Ich bin zu, ja. Ich bin zu. Ja, 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 es ist zu. Ja, es geht zu. Ja, ich bin 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 zu. Ja. Ich muss noch nicht mehr erzählen. Das ist einfach das Gerücht. Die Arzt haben keine Anträge durch. Sie haben keine Koalitionskarte. Sie sind höchstkriminell. Ich kann nicht Autofahren. Aber wenn wir uns das alles sagen können. Ein Arzt? Das ist fake. Herr Doktor. Als Arzt hat sie sicher etwas wie zwölf. Sie hat sicher etwas wie ein Dubwirkiger Intelligenzdefizit, oder? Entschuldigung. 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 Wuhu! Wuhuuu! Die Kirche ist in der Nähe. Guckst du? Guckst du? Wer machen wir etwas? Das ist schwierig, dass wir so etwas haben. Wir waren unterwegs. Und so hätte es aussehen, wenn es schön gewesen wäre. Wir sind wirklich auf der drüben Heimfall. 151 am Abend. Ui! Guckst du zuvor? Ja Werden bitte ein wenig noch runterkommen? Hier unten ist es einfach schön. Wir sind schon etwas runtergekommen. Ok. 11,10 Uhr geht's los. Das ist schön. Schon die Pinias hier. 50 Minuten, aber die bringen wir auch. Ja, ich hab noch 10 Minuten, Und dann in Belizona, 14 Minuten. Das ist gut. Schaffen wir, oder? Das Klassenwölz. Ja, dann muss ich nachholen bei den Häusern. Ja. 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 Ach gut. Ja, das ist ja dann der Staple. Und das Zughalte. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Man, das konnte so machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank.